herzlich willkommen zu einem neuen video seit langem auch mal wieder am windows pc ich freue mich dass ihr dabei seid ich heute etwas bärtiger wie ihr vielleicht auch schon in den dark souls folgen gesehen hat das hat einen einfachen grund wegen der geschichte mit meinem vater im krankenhaus ist habe ich gesagt ja so lange wie der da rumliegt rasierst du dich mal nicht und auch er mag das nicht wenn ich dann irgendwann so bärtig bin und müsste noch eine op machen lassen die eigentlich auch ziemlich wichtig ist nur hat er höllenangst vorm arzt und ich versuche das keine ahnung irgendwie war zu einfluss was wahrscheinlich ähnlich funktionieren wird aber wir spielen heute five nights at jump bucket und wie wir sehen ist da ein spongebob zu sehen der nicht sehr glücklich ist ich habe auch noch kein five nights at freddys oder ähnliches gespielt ich habe also absolut keine ahnung wie diese spielmechanik funktioniert oder sonst was also lasst uns beginnen hi oh my god i've been trying to contact you for days where are you i saw the flames across town the restaurant they they burn it down the animatronics was hi what okay mehrere stockwerke okay okay ich habe überhaupt keine ahnung was ich hier tun muss ich weiß überhaupt nicht wie das funktioniert ich habe keinen plan ich weiß nicht was ich tue ich weiß nicht was ich irgendwas ist gerade passiert da steht irgendwas oder es hängt da wurst in der kühltruhe okay toiletten hallo da steht doch was das ist keine wurst da ist doch auch was aber drive was passiert dann was passiert dann hä okay okay da ist nichts mehr okay ist auch schön dass ich mir dann irgendwie ein spiel aussuche wo es hier 12.000 etagen gibt wo ich mich dann durchklicken ich habe keine ahnung ähm das sieht aus wie patrick das sieht aus wie patrick das ist wie mr crab patrick ist noch da oh das sieht wow alles ist cool alles ist cool alles ist oh okay okay sequel to the five nights at freddy's krab gut ich habe immer noch keinen plan wie das funktioniert hi hi oh my god i've been trying to contact you for days where are you heiz maul to the room okay zeit läuft over was auch dieser overdrive klop macht open da ist ein spongebob drücken wir mal hier auf den knopf und gucken was passiert okay der ist immer noch da wir sind im gf1 ist über uns da waren patrick und dingsbums da waren patrick und dingsbums und da liegt noch jemand in der ecke achso ich bin schon eine richtige etage ich muss nur die räume anklicken da ist doch spongebob schon wieder am start oder nicht auch gerade jemand treppenhaus ist sauber okay jetzt ist er so tür ist zu müssten wir es eigentlich sehen dass die tür offen ist die tür ist zu ist 1.24 hilfe hallo okay da ist keiner mehr die tür können wir auch nicht toggeln overdrive ist ich weiß nicht was das bringt wieso ist mein auge schon wieder so rot da ha komisch Okay, ich verstehe dieses Spielmechanie nicht. Ja, das hatten wir schon. Okay, jetzt ist hier Toggle Door. Ach, da muss ich immer drauf gehen, sonst... Okay, können wir... Okay, können wir vielleicht das... Achso, fuck. Auf geht's, nächste Runde neu. Blablabla. Ja, das hatten wir schon. Okay. Wir können auch in die Räume so nichts machen, oder? Nee. Was dead noch springt, kann ich auch nicht sagen. Da ist Spongebob, da ist Spongebob. Mach die Tür zu. Da, da. Wir können auch nichts drücken, machen, Tastatur ist... Ich kann mir die Kameras nicht angucken. Ich kann mir die Kameras nicht angucken. Okay, links haben wir die Tür zu, oder? Ja. Komm, ab da. Muss das so dunkel hier sein? Ich sehe ja echt kaum was. Da ist jemand... Der ist immer noch da. Overdrive läuft noch. Gleich 2 Uhr, okay. Ich habe keine Ahnung, was das noch bringt. Okay, da ist er weg. Da ist auch keiner mehr. Dann können wir die Tür wieder aufmachen. Oder war da jemand? Nee, da ist keiner. Da ist keiner, da ist keiner. Okay. Da ist niemand, da ist niemand, da ist niemand. Hier steht wieder jemand rum. Und hier war, glaube ich, auch... Okay, da ist keiner. Der Gang ist auch frei. Da ist auch niemand. Da ist noch ein Quep. Lüftungsschächte ist auch niemand unterwegs. Keiner da, keiner da. Oh, es sind beide hier, okay. Ich weiß nicht, was sie dort noch bringt. Wie spät 3 Uhr, er ist so gehört. Okay, er hat sich wieder bewegt. Hallo. Okay, beide noch hier. Hilfe. So, da ist nichts. Oh, Patrick ist weg. Oder der andere ist weg. Da. 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 Tür zu. Mhm. Ähm, wo war der gerade? Boah, Monsterboss hier am Start. Ähm. So, da ist keiner mehr. Nur auf der rechten Seite. Ah. Okay, er ist immer noch hier. Da sehe ich nichts. Es ist sehr, sehr dunkel. Die Kameras sind auch echt scheiße. So, was bringt der Knopf? Ich habe keine Ahnung. Wir drücken einfach drauf. Er ist groß und rot und irgendwas wird ihn hier schon bringen. Du, geh weg jetzt hier. Okay, Treppenhaus. Niemand. Sitzt da eigentlich jemand drunter? Ich mag das nicht. Hier sind Geräusche. Ja. Ah. So, jetzt können wir den Computer nicht gucken. Ah, wenn wir den... Wir hätten noch beide Türen zu. Warum? Okay. Wir haben es aber lange geschafft, aber ich weiß immer noch nicht, wie wir die irgendwie von der Tür dann wieder wegkriegen. Nächste Runde? Nächste Runde. Hallo? So, alle Türen sind offen. Niemand in der Nähe bisher. Da ist der Bobby Bob. Der ist immer noch da. Gänge sind beide leer. Nur hier steht der gute Sponji rum. Hallo guter Sponji Bob, Sponji Bob, Bumpy Bob. Ja, du bist ein Sponji. Sponji Bob, Karpop, Bumpy Bob. Okay. Ich weiß nicht, was wir hier machen können. Hier, da steht Patrick wiederum. Da hinten liegt noch jemand in der Ecke. Oh. Treppenhaus, Kühlkammer. Steht doch immer noch jemand hier im Flur. Geh weg! Hallo? Okay, da ist immer mehr. aber dafür bei einer anderen tür was jetzt sind drei die tür sollte zu bleiben okay er ist auch weg hallo frage ich jetzt wo er hin ist ne auch nicht ne wo steckt er die spongebäude versteckt sich auf der linken seite machen wir die tür dann mal zu ok der ist da oben jetzt sind sie beide da ok mal aufmachen die ist auch offen drei uhr haben wir das erste gott da ist keiner da ist keiner alles wird cool ok ok von da oben kommen die auch da steht jemand steht hier auch jemand ne ich glaube nicht ne ok über mir ist auch niemand vielleicht scheint wieder safe zu sein ah hier ist einer aber da fehlt jetzt der grüne wo ist der gelbe der gelbe nicht der grüne ne man warum na ok dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein von five night ich hoffe es hat euch gefallen und ein wenig unterhalten und wenn ihr tipps habt wie diese spielmechanik funktioniert gerne in die kommentare dann spielen wir es definitiv nochmal bis dahin möchte ich mich bedanken dass ihr dabei gewesen seid und wir uns hoffentlich auch im nächsten video wiedersehen bis dahin alles gute und bye bye bis dahin alles bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.